Yo! Ho, meine Lieben! Wir sind hier heute... Äh... Uh, sind wir überladen? Was ist hier mit der Grafik los auf einmal hier? Wieso gibt das da in der Mitte? Keine Ahnung, meine Lieben. Keine Ahnung, meine Lieben. So, wir sind nicht überladen. Haben einfach, glaube ich, einen coolen Gang an, ne? Ja, wie mache ich das nochmal aus? Wie ging das nochmal? Ja, genau so, meine Lieben. Von wo werden wir angegriffen? Wo sind wir überhaupt? Ich habe... Also, erstens werde ich mich entschuldigen für die letzte Aufnahme. Die war ein bisschen für den Arsch. Ich war ein bisschen genervt und... Das ist ein bisschen mein Let's Play rübergegangen. Aber heute bin ich hier frisch und tisch. Tisch? What the fuck? Na ja. So, ähm... Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Das ist... Schnieke, schnieke. Äh, weg damit. Ähm... Schießen die auf uns, oder wat? Wieso ist die Framerate so low? Hallöchen. Warten Sie kurz mal. Diesen Ort sollten Sie meiden. Die ganze Stadt ist lebensgefährlich verstrahlt. Aha. Äh, wenn es völlig verstrahlt ist, warum sind Sie dann auch hier? Vor dem Vorfall war ich in Camp Searchlight stationiert. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Reisende von diesem Bereich fernzuhalten. Was ist passiert? Ein paar Legionäre haben sich in das Lager geschlichen und eine Art Strahlenbombe ausgelöst. Keine Ahnung, woher sie die hatten, aber sie war verdammt effektiv. Die meisten starben. Der Rest wurde in Ghule verwandelt. Uh, also, Ghule. Ich schätze mal, dass es diese komischen Zombie-Viecher sind, die wir da gesehen haben. Äh, wie haben Sie überlegt? Ich war gerade auf Patrouille, also befand ich mich außerhalb des Lagers, als es passierte. Danach waren ein paar andere bei mir, auch einige meiner Vorgesetzten. Strahlenkrankheit und Angriffe durch die Legion haben sie einen nach dem anderen erledigt. Ah. Ja, schon schrecklich. Wie kam die Legion ins Lager? Ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht gibt es im Lager Hinweise darauf, aber ich werde da nicht reinlaufen, um es herauszufinden. Hm. Sorry, ich hatte, musste was trinken. Ich komme gerade von einer Runde Sport zurück. Aber BG kann euch mehr darüber erzählen. Ich hätte noch eine andere Frage. Wohin sollte ich stattdessen gehen? Gehen Sie nach Norden, Richtung Nowak. Suchen Sie nach einem großen Dinosaurier. Den können Sie nicht verfehlen. Hä? 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 Ein großer Dinosaurier? Äh. Okay. Was ist so gefährlich in diesem Ort? Die gesamte Gegend ist verstrahlt und voll mit mutierten Kreaturen. Was für Kreaturen? Hauptsächlich Ghule und ein paar Red Skorpione. Außerdem sind, glaube ich, vor einiger Zeit ein paar Gekkos eingezogen. Oh nein. Die halten sich offenbar hauptsächlich ganz im Süden des Lagers auf. Scheiße. Ghule weiß ich nicht, was das ist. Ich schätze mal, das sind diese komischen Zombie-Viecher. Aber mit den Red Skorpionen hatten wir schon was zu tun. Also wenn du weiter so auf uns glotzt, können wir die umbringen. Ich muss es einfach bringen, weil sein Look gerade so geil ist. Gehen Sie nach Norden, Richtung Nowak. Ja, ja, ja. Warum Nowak? Weil es dort deutlich sicherer ist als hier. Ja, nerven Sie sich nicht, Kameral. Gehen Sie nach Norden. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns bald wieder. Passen Sie auf sich auf. Danke. Sie auch. Haben Sie viel Spaß beim Gulag... Nein, wie heißt das? Gule töten. So, mein Leben. Lass uns mit meiner awesome, sexy Voice... Jetzt, da sollen wir nicht hin, ne? Nö, da sollen wir nicht hin. Oh, shit. Ähm. Wo jetzt? Dann halt jetzt mal lang. Jetzt lang, 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 lang. Äh, äh, Nova. Krisendinosaurier. Bullhorn Ranch. F5. Meine Lieben. Wo sind wir hier geblieben? Ha, ha. Ich, die Schmerzen. Naja. Ähm. Äh, wie gesagt, ich will... Oh, Mist. Ich will mich entschuldigen. Hallo. Leck mich. Naja. Ich will mich auch entschuldigen für die letzte Aufnahme. Die war ein bisschen... Ja, schrecklich. Ich weiß. Ich war sehr genervt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube, die Lehrerin... Eine meiner Lehrerinnen hat mich angekotzt gehabt und so, ne? Nicht wortwörtlich. Nicht wortwörtlich. Was packt das so? Was ist das bei 14 Frames per Second? Björn. Weltfrieden, ne? Ich will Weltfrieden, Fraps. Ja. Wenn du von Fraps... Was ist das? Ich mach mal Quick Save. 13 Frames per Second? Was ist das für eine Scheiße, ey? Was schlabbisch du? Was schlabbisch du dir 13... 13 Frames per Second, Alter. Du Otto. Oh, 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 oh. Was soll da sein? Schnell, wir müssen schleichen, mein Leben. Wow, wow! Nein! Fick dich! Fick dich! Heck! Böser Hamster! Dieses Ding erinnert mich irgendwie gerade an... Dieses komische Nacktviech da von Kim Possible. Meine kleine Cousine hat das. Oh, komm, komm, komm. Oh, ey. Da kannst du mal sehen. Diese komischen Rattenviecher werden dazu. Oh. Es tut mir leid, Das ist eigentlich nur eine Mutter mit ihrem Kind. Ich lass euch mal. Ich will doch nicht böse sein. Wenn's ne Ratten... Oh, das tut mir jetzt auch leid. Oh, jetzt hab ich geschossen. Oh, wie schade. Oh. Da ist die kleine Familie. Naja, zurück zu den echten Problem. Ähm. Oh, Legion Lager. Was will die Legion hier? Und... Ja, okay. Ferhio. Yo, Legion. What's up, man? Ah, w. Ah, w. es geht mit den pulverbandit nein was habe ich da gemacht solange die nicht genervt werden da ist irgendwie ein problem ich schicke nix oder auch nicht dann doch nicht schau stimmend am anfang habe ich zu viel zu lang aufgenommen gehabt dann gucken wir mal bis wann es geht eine gute minute haben wir noch glaube ich naja was machst du hier die wissen ja kaum klar weiß ich die wissen ja kaum wie man kämpft da hat sich einfach selber zugebunden sondern sie sind gerichtlich bach fach roll in the rum tum tum madam Achso, die soll ich befreien. Ah. Was sind die anderen? Ja, ein K-Soldat.